Ich bin Gabriel Neumann vom D.Punkt Verlag, ein Verlag für IT und Fotografie. Meine Session hier beim Buchcamp 2013 hieß E-Publishing Verkaufsmodelle von Verlagen. Ich habe ein paar Wege E-Books anzubieten verschiedener Verlage vorgestellt, unter anderem auch das von uns, dem D.Punkt Plus Programm. Es waren in der Session verschiedene Leute aus Verlagen, leider kein Buchhändler, was ich sehr bedauere, die ihre eigenen Erfahrungen beim E-Book Verkauf eingebracht haben. Stichpunkte sind DRM, sind Preisbindung, sind E-Book-Piraterie gewesen und es hat Spaß gemacht.